Und ja, das fände ich unfair gegenüber der Maus. Ich muss immer noch die scheiß Leichenteile wegmachen, die vor meiner Tür liegen. Ach man, das ist doch scheiße. Heute ist wieder so ein Tag, den könnte man getrost in die Tonne treten. Das ist üblich also. So. 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 Wie bescheuert ist Bob eigentlich? Jetzt schiebe ich einfach mal alle Schuld auf ihn. Wie bescheuert ist der Kerl? Alter, der Typ springt jetzt zehnmal, mindestens, wahrscheinlich schon 30 oder 40 Mal, von diesen schönen Eisblöcken da runter, ohne sich irgendwas zu tun. Bzw. macht das halt immer, aber er kommt halt nicht rüber. Er hat 40, 50 Mal gefühlt runtergefallen und hat da was daraus gelernt? Nein, er rutscht immer noch aus. Anstatt sich mal Spikes zu kaufen oder ähnliches so, dass das Eis einfach nicht mehr rutscht. Das wäre so schön. Ich kann natürlich jetzt auch schwarze Wolle nehmen, die so wie das hier editieren. Und dann. Nein! Ich habe doch Sprinten gedrückt, wie soll es denn wieder abgebrochen? Das alles so blockieren, äh, das alles dann so editieren, dass es aussieht, als wäre es das Glas. Also einfach sozusagen das Glas kopieren. Und das dann nochmal alles mit, ähm, schwarzer Wolle bauen oder so. Aber, wie gesagt, das wäre ja... Oh Gott, Schleim um den Hals. Das wäre ja Cheaten. Und ich bin ja kein böser Junge. Ich bin kein ganz böser Junge. Ach. Naja, da sag ich jetzt mal nichts weiter dazu. Ähm, gut. Alter! Fick dich, du scheiße Map. Alter, ich bin in einer Füllstunde, muss ich schon wieder weg sein. Bis dahin möchte ich das noch gerne aushaben hier. Alter Schwede. Ich will es nicht alles wieder heute Abend machen, wenn ich wieder zu, äh, da bin vorm Fußball. Alter. Wie gesagt, zu lernen, für Sport muss ich auch noch das... Buch liegt hier direkt vorm. Und immer wenn ich hier gerade hoch, äh, gehe, dann lese ich da vier, fünf Zeilen da drin. Und das... Ah, Mann, ah. Son of a bitch. Hold your mouth. Jetzt bewahr die fucking Maus. Ich raste nicht aus den Hallen. Wie kommt ihr denn da rauf? Ich bin noch... Ich bin noch... Ich bin noch... Ich bin noch... Ah, wie ist es mit? Ich bin noch ganz ruhig. Mach nichts. Ich bin ganz ruhig und mache nichts. Ich werde mich auch nicht aufregen. Bob Esters. Morigio de puta. Mehr sage ich nicht. Alles nur... Nass. Nicht. Hochtauchen. So. Drüber. Und wieder runterfallen. Weil ich denke, gehe ich mal einen Schritt zurück, damit ich nicht gleich rüber vorne rüberfalle. Das war ja auch wieder intelligent. Ich bin heute ja wieder eine Intelligenzbestie. Alter. Ich sag jetzt seit gefühlten 15 Minuten... Diesen... Verdammt... Diese verdammte Stelle hier allein schon. Ich meine... Ist ja kein Problem. Ich kann da auch einfach rüber und so weiter. Ich schaff's auch und so weiter. Nur dieses verdammte Eis. Das raubt mir jeden Spaß gerade hier. Und wenn ich dann einen Schritt nach hinten gehe, damit ich mir Anlauf nehmen kann, dann falle ich natürlich sofort wieder runter. Wieso sollte ich auch Anlauf nehmen dürfen? Zwei, drei, gesellte ich mir den Pappmaul wieder dazu. Deswegen werde ich jetzt einfach mal kurz gepflegt die Klappe halten. Und versuchen das hier konzentriert zu Ende zu spielen. Wappenskill. Also lieber Notch, falls du das hier siehst, dann mach doch mal bitte etwas längere Tracks hier in Minecraft rein. Und auch etwas häufiger, damit ich mal öfter meine Schnauze halten kann. Und ich hab jetzt gerade mal zusammen ein bisschen mit 10 gesprochen, deswegen hat sich das wahrscheinlich gerade ein bisschen Gipszwungen angehört. Das war auch der durchaus perfekte... Perfekt, genau. Ich bin mal gerade am überlegen. Meine Gedanken schwebten gerade im Vakuum. Und, also dass es da ein gewünschter Effekt gewesen soll, dass sich das ein bisschen gedrückt anhört. Und dass ich gerade vom Ausrasten bin hier und der eigentlich gleich jeden alles klein und kurz in klein schlage. Alter. Ich meine, ich will doch nur noch dieses Level hier schaffen. Mehr will ich doch gar nicht. Ist denn das zu viel verlangt jetzt in den letzten 10 Minuten? 10 Minuten habe ich noch. Komm schon, dann muss ich los. Bitte. Ich will das Level heute noch fertig kriegen und nicht heute Abend machen müssen. Hopps. Wein. Schluchz. Ups. Nase jucken. Muss also kratzen. Hepp, hepp. Nochmal Nase jucken. So. Rücken kratzen, wenn ich gerade dabei bin. Ich muss top vorbereitet sein. Höh. Richtig hingesetzt. Und es geht los. Und es geht los. Rücken kratzen. Boah, was ruckelt denn das? So, jetzt bin ich wieder hier. Mann, und dann rutsche ich da rüber. Alter, wer hat sich diesen Scheiß eigentlich ausgedacht? Und welcher ist dieser Trottel, der das hier ausgesucht hat zu spieken, hallo? Ich meine, wie bescheuert muss man sein, um so eine Scheiß-Freifliche noch zu zocken? Alter, ich habe die ersten zwei, drei Minuten gesehen und habe gedacht, also, habe ich es angespielt und gedacht, ja gut, ist schwierig, ist eine Herausforderung, musst du ein bisschen rumspringen. Dann fällst du, wenn du irgendwann mal wieder mit einem LP anfangen solltest, dann fällst du nicht mehr so oft irgendwo rein. Dann kannst du einfach mal gekonnt rüberschreiten. Was ist der Effekt genau, der Negativ-Effekt? Alter! Wenn ich das hier machen würde über eine Schlucht, so eine Brücke oder sowas, ich würde mich durchgehend aufs Maul legen. Obwohl, wahrscheinlich nicht, weil ich weiß, dass ich hier nicht sterben kann, aber trotzdem, ich meine, dann würde ich hier zehn Minuten brauchen, um mir so einen Scheiß zu überqueren. Darauf habe ich irgendwie keine Lust. So. Lieber Ersteller, wenn du das hier siehst. Bauen wir doch bitte da oben beim nächsten Mal so einen Checkpoint ein, also da, wo das Schild steht. Das wäre so schön. Ich meine, es ist ja schön und gut, wenn du sagst, es ist für Pros hier. Ich meine, deinen komischen Pro-Bereich, da habe ich ja geschafft. Das war ja nicht weiter schwierig. Nur hier jetzt, bei deinem Easy-Bereich, komme ich nicht weiter. Also, wenn Pro-Bereich meine ich jetzt das, wo diese Truhe da war, mit diesen komischen Halbblöcken da, die standen und man nur einen halben Block hoch zum Springen hatte. Das fand ich persönlich echt einfach. Aber das hier, ne. Das war mein Fuß. Mann! Also, man merkt schon, dass ich konzentrierter spiele. Muss man ja mal sagen. Und ich möchte das auch nicht ewig in die Länge ziehen. Vor allem möchte ich mich langsam mal hier beeilen. Deswegen werde ich hier jetzt mal gepflegt, meine Schnauze halten für nächste Zeit und hoffen, dass die hier irgendwie Musik einspielen. So, dass das hier dann nicht ganz... Moment, habe ich die Musik überhaupt noch an? Nein. Deswegen hier mit der Möglichkeit noch hoffen, dass die gleich Musik einspielen. So, dass ich damit nicht schon noch halten kann. Ohne, dass es halt leise wird, das Video. Okay, jetzt ist auch die Musik da. Dann bin ich jetzt mal stehen. Und dann springst du, scheiß Kerl, wir nicht. Alter, dann komme ich wieder so weit. Weiter, als ich bisher je war. Und was macht er? Er denkt sich, ich springe einfach nicht. Ich habe einfach keine Lust drauf zu springen. Wie sollte ich auch hören? Das ist ein Problem. Ja, ich lausche den Klängen der Musik. Ich versuche jetzt irgendwie durchzukommen. Und falls ihr zwischendurch ein Aufschreien hört, keine Angst, das war nur ich oder meine Schwester, nach der ich soeben getreten habe. Eins von beidem. Eins von beidem. Ich springe dann nicht. Ents reverb. Ich springe dann nach安en. Lettere Wfasten. Dannーバρόberu. ... Das war ami. ... ... ... ... ... Vielen Dank. 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 No, not yet. Ich merke mir dein Name. Und bei WasiGaming, subscribe, YouTube.com, Bolli. Also, falls ihr die abonnieren wollt, hier ihre YouTube-Adresse. Und gut. Und gut. That's what you will face in the next update. Und you get earlier supporters in the U.S. I think that's what I really do. I think I really do. And get your boots on. scary run. Minecraft-Jumps. Hep. 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 Jawoll, eine Träne. Also ich muss mir mal... Ich hatte zwölf. Jonas, der gerade davor sitzt, merkt jetzt zwölf. Okay, und weiter geht's noch nicht, scheinbar. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Dafür, dass ihr das so lange mit mir ausgehalten habt. Und ja, ich muss jetzt auch los. Das passt nämlich genau, wo ich gerade ja gebrüllt hab. Das war mein Vater, der mich darauf aufmerksam machen wollte, dass ich gleich zum Training muss. Also gut, ich freu mich, mit euch Bekanntschaft gemacht zu haben. Ähm, dazu muss ich sagen, wie gesagt, also ich hab die Welt gefunden hier, weil ich nach irgendwelchen Adventure-Maps gesucht habe. Ich hoffe, meine Krone hier ist jetzt gerade nicht zu laut. Ähm, wenn ich nach irgendwelchen Adventure-Maps gesucht habe und dann die hier gefunden hab, frau mich nicht, wie ich die gefunden habe. Ich hab einfach mal Epic eingegeben und Minecraft und so weiter und da kam sowas hier zum Schluss raus irgendwie. Ähm, ja. Und wenn ihr die haben wollt, dann schreibt mich einfach an. Sonst poste ich den Link auch einfach in der Beschreibung. Der ist nicht allzu kompliziert. Ähm, und wer hat denn hier eigentlich das Licht wieder ausgemacht? Oh nein. Das hat nicht. Ich hab vergessen, Feuerzeug mitzunehmen. Ich bin auch intelligent, hab ich das schon mal gesagt. So, jetzt immer noch hochjagen. Möge ich jetzt vielleicht auch so? Na? Brennst du? So, wir werden mal schnell zurück und hol das Feuerzeug. So, ich möchte hier nämlich noch schnell in aller Würde abgehen. Ja! Ich ertrink, ich spiel Gollumneid! Rettet den Ring! Ah ja, was ich noch sagen wollte, ist mir gerade eingefallen. Punkt, der stand drei. Ja! 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 Okay. Ja, was ich gerade noch sagen wollte ist, wenn ihr weitere Adventure-Mapen wisst, wo ihr entweder nicht weiterkommt oder einfach mal sehen wollt, wie ich da drin feile, beziehungsweise wie gut ich da drin bin, dann schreibt mir doch einfach die Adventure-Maps oder halt einfach schreibt es in die Kommentare, wie die heißen, dann gucke ich sie jetzt danach. Und ja, ich hoffe, ihr wollt mehr von mir sehen, dann wird dieses Projekt sozusagen Adventure, Let's Adventure, aufrechterhalten, wenn nicht, dann halt nicht. Gut, ich verabschiede mich, ich muss los, mein Vater berührt schon wieder. Bis bald!